Ach so wie hier so ein Kreis, zwei Kreis. Genau, wenn ich zwei sag, gehst du zu dem wo zwei leuchten. Okay, und woher weißt du das? Welche Kreis das da ist? Weil oben die Plattform, wo ich die Synergie normalerweise drück. Auf der Plattform auch jeweils so viele Dinger leuchten und dann musst du die Synergie nicht drücken. Und du musst dann mit dem Boss zu der Plattform laufen und der rammt ja sein Schwert in den Boden. Und wenn er das auf der entsprechenden Plattform macht, hört das Feuer auch sofort auf. Okay. Und das ist dann auch eine Tiefwand, aber dann musst du A oben diese blöde Synergie nicht drücken, die immer ewig dauert. Und B kriegst du halt automatisch eine Tiefwand und wir müssen nur hochspringen. Müssen kurz gucken und können wieder runter. Weißt du? Ich geh wieder weg aus. Mhm. Aber okay, welche Seite ist jetzt eins, zwei, drei und so? Nein, nein, das ist wechselt. Hier, die, siehst du ja drauf, ob der einen Kreis leuchtet oder zwei, drei, vier. Gibt keine feste Anordnung. Okay, ja gut, du sagst mir mal irgendwo, wo ich denn so. Du siehst sie, ja. Nee, ich weiß, ich hab, nee. Doch siehst du, aber ist, okay, fang einfach an. Okay, drei, zwei, eins. Hoch. Nix. Drei. Eingang. Guck, jetzt siehst du hier drei Dinge erleuchten. Weiter. Wie heil dich? Ich konnte nicht. Ich war gestunnt, ich bin runtergefallen und dann war ich weitergestunnt und hab mich gestorben. Keine Schade. Stunten? Nee. Keine Stunten. Was hab ich schon versucht? Aber dann machen wir's beim Bad. Hoch. Eins. Ausgang. 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 Er hat auch übrigens einen Cone. Also vielleicht nicht dumm. Aber ich hab das trotzdem nicht... Hallo Dennis. Wieso? Du hast hier auf dem Boden, hast du leuchtende Ringe hier gehabt an den Ecken. Genau, jeweils mit 1, 2, 3, 4, ja. Ja, der eine hatte 1, eine andere Plattform hatte 2, eine andere hatte 3, eine andere hatte 4. Genau, die oben hat die oben. Und wenn die hier hochgehen zur Synergie, derjenige, der die Synergie hat, bei dem leuchtet's ja auch und der sieht halt auch 1, 2, 3 oder 4. Und wenn es 3 sind, dann sagt er 3 und dann gehst du mit dem Boss zu 3. Ah, und dann drückt er gar nicht erst die Synergie. Genau. Und der Boss cancelt dann mit seinem Schwert... Und der Boss, der Boss, der Boss, der Boss für 3, 2, 3 oder 4. Und der Boss.